Meine lieben Freunde, ich weiß ja, es neigt sich nur am Ende zu. Heute ist der 24. Dezember 2016. Es ist Weihnachten, eine Zeit der Besinnlichkeit, in der wir alle zusammenkommen. Und einer dieser Tage, wo drei Dudes zusammen auf dem Weg nach Bethlehem waren und sich gefragt haben, wenn es nur ein Stern hat, warum steht es da nicht im Restaurant, Floor? Diese und andere Fragen, was will jemand anders sein, dafür bin ich nicht da. Egal, da ist die Kamera und ich kann gucken. In diesem Sinne, ich wollte diese Gelegenheit nochmal kurz nutzen. Ich möchte euch auf diese Weise nochmal ganz kurz einen frohen Weihnachten wünschen. Würde ich jedem von euch. Und falls ihr es nicht mehr sehen solltet, wünsche ich euch allen nochmal einen guten Rutsch ins Neujahr. In diesem Sinne, habt euch wohl, passt auf euch auf, bleibt wie ihr seid und Prost. Ja, w Hassan. Ja. Wби du. Ja. Wби du. Und ist ein guter, würde ich Pereirchen werden, drauf an. Lee安 habe ich auch, bleibt wie ihr seid und 이해. Und da sind ihr, seid ihr, seid ihr, seid ihr, seid ihr, seid ihr, seid ihr. rac II. Vielen Dank.